Ich habe ein Kinderbuch gemacht. Es heißt Schimon und der Feuerwind. Es ist die Geschichte eines kleinen Jungen, neun Jahre alt, der zur Zeit der Urgemeinde, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, das Pfingstereignis in Jerusalem miterlebt. Er wohnt auf der anderen Straße vom Obersaal, von dem uns die Apostelgeschichte berichtet und erlebt dort hautnah mit, wie das Feuer fällt und was das für Auswirkungen hat. Weißt du, es gibt Unmassen von Büchern über Weihnachten. Auch noch einen ganzen Schwung über Ostern. Aber hast du schon mal ein wirklich gutes Kinderbuch über Pfingsten gesehen? Pfingsten ist vielen Menschen irgendwie dubios, damit können sie nichts anfangen. Sie wissen gar nicht mal, was das bedeutet. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, die Geburtsstunde der Kirche. Es ist ein unglaublich bedeutsames Fest. Und die meisten Menschen haben kein Verständnis dafür, wie dieses Pfingstfest eingebettet ist in den großen Zusammenhang der biblischen Feste. Weißt du, im Alten Testament werden uns eine ganze Reihe von biblischen Festen, von Gott persönlich angeordnet, genannt und detailliert dargestellt. Und in diesem Zusammenhang, da ist das Pfingstfest eingebettet. Es geschah nämlich zu Schavod, zum Wochenfest. Und das Interessante ist, dass im Judentum, man sagt, dass das Wochenfest der Geburtstag des Volkes Israels ist. Da wurde das Gesetz im Sinai Mose gegeben für das Volk. Das war die Geburtsstunde des Volkes Israels. Am gleichen Tag die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Und ich habe versucht, einige solche biblischen Hinweise in dieses Buch einfließen zu lassen und aus der Sicht eines Kindes einfach klarzumachen, was dort geschehen ist. Ganz einfach, ganz, wie soll ich mal sagen, untheologisch. Aber ich glaube, dass es für jeden, der es liest, auch jeden Erwachsenen, zum großen Segen wird. Und da stehen viele Dinge drin, die du wahrscheinlich auch noch nicht gehört hast. Wenn du Menschen kennst, Kinder kennst, vielleicht ein Buchladen hast oder eine Kindergruppe in einer Gemeinde, ich lade dich ein, dir das Buch mal zu bestellen. Das kannst du hier auf unserer Homepage ganz einfach bestellen. Und mal reinzuschauen, es weiter zu empfehlen und einfach dieses Buch auch zu verschenken. Wir glauben, dass es zum großen Segen für Kinder und für Größere werden kann. In dem Sinne, Schimon und der Feuerwind.